Was machen wir jetzt mit den Flaschen da oben, Burschen? Florian, wie schaut's dir aus? Wollen wir schauen, ob wir häufig kennen. Ich glaub schon, probieren wir's. Schön, dass Ihre Jugend so eine große Tradition pflegt und dass Sie auch so fesche Burschen haben, die dann aufgekackseln. Ah, jetzt ist der Schlauptaner verbraucht. Sag's nochmal, ja? Ich denke, wir müssen den Baum umschneiden. Ah, das wäre noch zu früh, das wäre noch zu früh. Vor allem tut das sicher weh, wenn der Flo noch oben ist und wir den Baum umschneiden. Ah, das holt er schon aus. Unkraut vergeht nicht. So ist's, oder? Du hast Freitag hier unten auch, Florian. Ja, ich sag mal, ich hab's da. Wie geht's ihm halt auch? Der Florian, ausgezeichnet. Der auch Junge aus Scheifling, die hier so fleißig dabei gewesen ist, den Baum hereingetragen haben. Natürlich mit musikalischer Unterstützung.